So, hallo und herzlich Willkommen zurück zu Find Yourself. Okay, warum kriege ich es jetzt nicht hin, dass sie da hinten? Es hängt. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie da rumschleiche, sodass der mich nicht kriegt, ne? Okay. 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 Vielen Dank. Ich finde Clowns ja unter günstigsten Umständen schon... ...wide leśne. Die Musik macht es, glaube ich, dann auch nicht wirklich besser. So... ... 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 Versuchen, wenn der da drüben ist, hier rüber zu schleudigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum wird das so dunkel? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, oh Das ist nicht für euch zu dunkel? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keiner mag dich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch in der Probe, wo wir sind. Ich habe ihn gesehen, da. Da muss ich gleich hin. Ich glaube, bei diesen Küppchen... Da steckt ein Messer dran. Und jeder weiß, ein Messer ist ein spitzer Gegenstand. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, da. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. der klohn hat er macht mich schon fertig also wenn der wieder hier hinten ist, renne ich hier hinter, versteck mich kurz da wenn der wieder da hinten ist, laufe ich wieder hier hinter und mach dann das ding auf warte dann wieder bis der da und dann renne ich hier rüber vorsichtig so 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 das machen wir gleich so 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 dann laufe ich an ihm vorbei und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht kurz hier warten kann, dass wenn der hier ist, ich mal kurz darüber husche. Weißt du was ich meine? Der müsste das auch hören, dass das Riesenrad aus ist. ... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oha! Oh! Gut. Nächster Akt. Dark Secret. Ich darf Mutter nicht ablenken. Okay. Okay. Oha! 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 Soll ich das Monster aufstehen. Da brauche ich eine Glocke und ein Seil. Seil haben wir hier. Die ganze Nummer von Mama war, glaube ich, ein Glöckchen. Mal gucken, ob irgendwas ist. Wo ist das hier? Dynamark Clones. Zwei Patientinnen flohen heute Abend aus einer psychiatrischen Klinik. Ein Mann und eine Frau. Sie gelten sich als verheiratet als Paar da. Sie wirken vertrauenswürdig. So, können anderen gefährlich werden. Bleiben Sie auf der Hut und vermeiden Sie mit diesen Personen. Rufen Sie bitte umgehen durch die Polizei, wenn Sie Verdächtigen sehen. Oke. ... ... ... ... ... Ich falle ins Bett, ich muss zurück ins Bett und schlafen. Oh, hier ist noch ein Setup. Schlafen Sie, schlafen Sie, schlafen Sie, schlafen Sie! Ich fülle, meine Bette. Okay, ich habe jetzt also meine Mama umgebracht, die sowieso auch sehr seltsam aussah. Oder, oder? Ich bin schon wieder im Keller, die Leiche hier versteckt. Jetzt muss ich nur noch die eigenen Brettern zunageln. Wann war ich das? Das Ende des Wahnsinns. Okay. Aber wie es mit dem Ende des Wahnsinns weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Das glaube ich auch und ciao, ciao.